Okay, wir spielen jetzt was ohne Gesang. Früher liest das eine Paraphrase. Also eine Art Improvisation auf einem klassischen Thema. Das machen wir jetzt zu zweit. Der Autor ist, oder der Komponist ist Georg Friedrich Händel. Und das Originalstück ist die Chaconne de Mol. Opus, keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen.